Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspiele. Bisschen dauernd. Jetzt fühlen wir ein bisschen dauernd. Bisschen dauernd schon mal kommen. Okay. Sollt man ja gar nicht. Start. Au. 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 Wir spielen hier jetzt. Mario & Sonic. Vancouver 2010. 12. Vancouver 2010. Ich habe jeden Titel geschlossen. Ich habe schon zwei. Beide, wenn wir bestimmt, dass wir... Okay. Neue Daten. Neue Daten. Neue Daten. Ja heißen Mann. Ja. Fläden. Nein. Wir heißen. Gustav. Nein. Tom. Teil. So. So. Willkommen natürlich aus Deutschland. Neu. Eine neue Nachricht. Hallo. Willkommen bei Marionsvertret bei den Ungewichtelwitter-Spiel. Ich bin Omo Kao. Ab und zu schicke ich die Post mit nützlichen Informationen, also die sie dir aufmerksam durch. Ich. Okay. Wir werden als erstes natürlich mit den Witter-Spieler schaffen. Sporfest. Sporfest. Einzel. Leg. Und man sieht gerade Bauz oder den Pest. Big Bauz. Und Viktor ist natürlich auch dabei. Tag eins. Tag eins des Sporfestes. Vancouver. Die Toads. Das sieht schon nicht richtig geil aus. Dann haben wir Bauz oder Bauz oder... Bätsch! Soit! Toad! Wärtschuh! Wärtschuh! Jetzt wird das Wärtschein. Wärtschuh! Victor! 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 Nicht Victor! Wir nehmen... Victor! Nicht Victor. ...was von den meisten wahrscheinlich der Lieblingscharakter ist. Wir nehmen... Victor! Nicht Victor. Sonic. Auch nicht Sonic. Wir nehmen Metal Sonic. Metal Sonic. Tag 2. Ich weiß nicht, wie wir... Sportfest Tag 2. Guten Morgen, Metal Sonic. Jeder von uns 2 Jahre war... Gestern war einfach Spät. Heute geht's los mit dem Training und dem Wettkämpfen. Der Athlet, der von heute bis zu Tag 16 die meisten Punkte im Training und bei den Wettkämpfen gewinnt, wird Gesamtsieger. Green und nicht drücken wie die Daumen Metal Sonic. Viel Glück! Heute sind 2 Trainingstermine angesetzt. Auch im Training kannst du dir Punkte verdienen. Also gib dein Bestes. Viel Glück für heute. Ich würde sagen, wir fangen an mit... Einzelspringen. Viel Größchen. So. Großschonke. Wer sich die Anleitung durchlesen will... ... kann jetzt hier auch Pause drücken... ... und sich das durchlesen. So. Jetzt haben wir hier gerade das Telefon... ... und sich das durchlesen. Magde. Standophen. Hat geklingelt. Aber... Das ist der Telefon. Hat geklingelt. Und... Sein Kanzler. Drückt auf... Pause. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Training! Einzelspringen. 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 Whistler. Oletzlick. Pog. Wie ist das? Hallo? Hallo? Nein. Ja. 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 Und jetzt... ... geht's endlich weiter. Ah. Im... Im Mittel Sonne. Was ist das? Heide kann ich losgehen, Victor. Okay. Springen über deinen Klee-Punkt. Stand. Los geht's. So. Nein. Das wollen wir auch gleich mal neu starten. Genau. Beginn. Victor hat das Wetter gemacht. Ja. Das war alles nicht. Wie in den Winter. Hey Mann. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Jetzt mal eine Victoria genommen. Ja. 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 Jetzt kommt das zweite Training, wir ziehen die Abfahrt. Training, ihr los gehts. Abfahrt, wir sind auf der correcten Seite. BenQ wird 2010. Maple Sonic, warum kommt ihr nicht zu hören? Wir haben noch nichts zu sehen von wie vor. Nein, das ist ja auch noch ein Train. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Ich muss hier 10. Da muss ich ein bisschen der Strecke bleiben. Ja, rechts haben wir die Karte. Das haben wir auch gekriegt. Jetzt hier der Sprung. Dann gehen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Aber wir haben immerhin schon 10 Tore durchfahren. 15 sogar. Jetzt ist hier das Ziel. So. Er hängt. Ne, komm nicht. Sehr gut. Bloß 2 Punkte sogar. Und der nächste Tag. Dazu. Jetzt kommt der nächste Tag. Nächster Tag. Ich glaube jetzt kommt der erste Wettkampf. Also der erste Wettkampf. Ja. Jetzt kommt der einfach garterORT. Je war das schon mit einem Zeitpunkt. Der Karten muss es等一下. Das genau. Trollen KindernWind. Das geht? Schnellgeisten, das Wessel z belt. Das Luftius. Or ide bringen Br��록. Der kommal. Doch je soll sie derechos. Kive ich meine Br时 dazu. Überraschend. Und jetzt geht es los hier. Victor. Ich sehe, okay. Ich habe mit 20 oder mehr Menschen. Das sieht hier nicht besonders gut aus. Das kann man besser machen. Und das war jetzt hier eine Riesenpatsache. Ich habe schon immerhin über 20 Münzen. Aber die letzten erwische ich nicht. Aber 28. 28. Er freut sich aber. Und das ist gut für uns. Abgeschlossen. Aber ausreichend ist das. Für einmal die Meta zu weg. Alles ist Victor. Und jetzt kommt... Wie hättest du das? Chialfi Trau. Okay. Man sieht gegen wen es geht. Seaside Hill. Hoffentlich gegen Victor. Damit er dir noch was zeigen kann. Das werden wir ja sehen. Victor würde sich ziehen. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Und die Charaktere, die ich kämpfen werde, sind hier aufgelistet. Mario, Bowser und Peach. Oh, das ist in der Amerikkoch. Einfach zu schlecht. Einfach zu hoch. Und 3, 2, 1, 5. So, das geht's. Wie viel an? Gleich mal. Gleich mal. Wohin. Nein. Wohin. eins. Wohin. Wohin. Neue. Oh, ganz dumm läuft sie für uns. Ich versuche mich hier irgendwie noch rauszukämpfen, aber es knappt nicht. Oh, der Klaube. Das kriege ich mir nicht mehr hin. Okay. Peska. Oh, der Hamburger war auch ein Peschen. Ja, du oder das? Ich habe wieder lange gedreht. Und das ist auch immer neu. Ich hole ihn aber trotzdem noch auf. Es wird knapp werden. Oh, das ist wieder da. Wieder haben wir hier ein mega Pech. Oh, Mensch. Da sind schon unsere Kommis. Wieder haben wir so ein Pech. Oder ich kann es einfach nicht. Ich glaube, dass er. Und vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Und jetzt. Nein, 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 nein. Das war's. Wir werden hier nur letzter. Durch dieses ganz unglückliche. Ja.